Liebes Kindlein, ich freue mich sehr. Ich habe heute Besuch bekommen von meinen Zwergenfreunden. Wir naschen Kekse und trinken heiße Schokolade dazu. Ich freue mich immer. Ich sehe sie nicht oft, aber wenn ich sie sehe, freue ich mich über meine Freunde sehr. Wenn du möchtest, kannst du dich zu uns gesellen. Vielleicht ein paar Kekse naschen und einfach diese Zeit genießen. Oder aber du möchtest ein kleines Bild malen, das ich meinen Freunden von dir mitgeben kann, als kleine Erinnerung. Alles Liebe, dein Weihnachtszwerg. ... Untertitelung des ZDF, 2020